Eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite würde nicht ausreichen, um der jetzigen Situation wirksam zu begegnen. Deswegen brauchen wir deutlich mehr, deutlich verbindlichere Maßnahmen. Wir legen Maßnahmen vor, die rechtlich verbindlich und einwandfrei sind und den wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Ich sage auch, das werden nicht die letzten Maßnahmen sein, die wir ergreifen müssen. Der Schutzfall muss ständig erneuert und weitergebaut werden. Es geht darum, dass wir selbstverständlich so etwas vorsehen wie Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen, Einschränkungen bei Veranstaltungen im öffentlichen Bereich. Zusätzlich sehen wir vor, dass man bei Veranstaltungen auch Einschränkungen machen kann und wir sehen vor, dass Kontaktbeschränkungen möglich sind. Wir alle wissen, aus der Vergangenheit Kontaktreduzierung ist das A und O, solange nicht genügend Menschen geimpft sind. Wir legen vor, einen Schutz an den Arbeitsstätten. Deswegen 3G in Betrieben und deswegen Homeoffice-Pflicht. Wir müssen keine Läden schließen. Das sagen uns auch die Virologen. Und wir müssen auch keine Restaurants schließen. Es sei denn, sie können nicht genügend Platz mit entsprechenden Hygienekonzepten zur Verfügung stellen. In dieser Woche tagt die Ministerpräsidentenkonferenz. Und ich hoffe sehr, dass von dieser Ministerpräsidentenkonferenz ausgeht, ein gemeinsames Zeichen 2G und 2G plus deutschlandweit zu verabreden. Diese Möglichkeit schaffen wir im Gesetz. Diese Möglichkeit haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Sie sollten sie auch ergreifen. ... ... ... ...